jetzt haben wir zwei uhr und mein leben füllt sich ganz langsam jetzt ja nur nur die gerüchte gleich ich verschwinde Oh, Assi Stimmt Oh, keine Müllzüge Gut Gut. Granate ganz weit. Gut drauf. Weg mit dir. Ja. Gut. Danke. 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 Das war mal ein Radio. Weg. Wiedersehen. Ja. Porn. Genau. Schmeiß. Das ist wie Granate ordentlich. Ich verschwinde. Weg mit dir. Aber sie hat mich überrascht. Die ja liegt mit uns. Das kannst du nicht damit zertreffen. Wir haben uns verheirrt. Ohne. Ich bin jetzt in der Nähe. Du kannst ja nach Hause gehen. Stappen! Bist Du? Ich bin da! Ich bin da! Ja, ich bin da! da bist du oh Oh, 2, 1 Oh, oh, das tut mir Oh, hohohohoho What the? Erschreckt mich nicht so. Auf der anderen Seite. Das war klar. Ja! Ja! Verdammt Leute, hört auf die Minen auszublündern. Eridium hat für Hyperion oberste Priorität. Wenn ihr die Bergleute überfällt und ihnen ihre Hose... Ja, das ist ein ganz böser Sheriff. Ein ganz ganz fieser, du. Ich brauch wieder Geld, weil ich so oft gestorben bin. Es heißt, ein neuer Bandit ist in der Stadt. Wenn du das hörst, kiddo, kratz nicht gleich ab. Ich wollte mich schon immer noch... Ja! 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 Ich mach euch am Riemen, Leute. Echt mal! Es kann doch nicht so sein. So, ab der 30er Minute... Ups! Mach ich mal kurz eine Pause. Aber, äh, ich werde sofort weiterspielen. Ich muss mal kurz... Wasser legen. Danach bin ich direkt wieder falsch da. Komm! Aufzug! Bot, bot! Haben wir zu einer Minute. Und wieder hoch. Aufzug! Ich hätte vielleicht Munition aufstocken sollen. Aber... wiedersehen! Guck, guck... Oh man! Oh! Ja! Er... Ja! das ist scheiße der Brotter Ist hier jemand? Ja wo ist hier jemand? Ach da! Du Arsch! Geht ihr mit Geld wieder? Gut dann finden wir uns vor diesem... ...schüss! 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 Aber auch nicht! Ach kommst du zu mir? Und so ein Welt! Ich verschwinde! Oh das finde ich gar nicht! Nein! Wär bereit! ...schüss! Ach so! Alter! Weg mit dir! Gut! Dann... ...dass gleich! Ja! Willkommen zurück! Dann öffnen wir die Toilette auf! Dann öffnen wir die Toilette auf! Ah! Nichts! Gut! Wir kommen zurück! Und da hängen die Viecher schon wieder! Das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Yess! Okay! Oh! Ich bin jetzt mal unten! Oh! Ich bin jetzt hier! Yess! Wión! Also, wir werden das nicht dafür vor! Was wollen wir denn? Schusswaffenschaden Was haben wir hier? Da kam Schaden Bis zu 8% kritische Trefferschaden, Sniper Aha Gut Nehmen wir das Ich verschwinde Das heißt Schockschaden wenn ich wiederkomme oder? Oh Gott Wir kommen zum Friedhof Oh Piss Wie immer Oh Noch nichts Wow In Spanien da regnet das Kastanien Krass Gut Wieder zurück Und Die letzte Mission von hier machen Ja 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 Läuft Ja 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 Wir haben schon wieder 2 Uhr Also Also der Tag geht dir ganz schön schnell rum Du Ach wir müssen in Entschlennung Einmal durch Wenn ich jetzt da hoch musste. Nein, niemals. Ich könnte grazen. Ist er wieder verschwunden. Da ist ein Kultraum. Hübscher Bankraub. Da will ich mich mal nicht lumpen lassen. Jungs, hinterher! Jetzt versteckt das Geld. Sonst hören die Männer des Sheriffs nie auf dich zu suchen. Such ein geeignetes Versteck und meine Jungs holen es später ab. Wenn alles vorüber ist, zahle ich dir sogar mehr, als du aus der Bank geholt hast. Ich verschwinde. Das glaub ich. Was ist das Versteck? Oh, das hört man nicht. Niemals. Los. Ja, klar. Der Sheriff hat mich, Deputy Winger, gebeten alle daran zu tun. Ich verziehe mich. Los. Oh ja, ich bleib wieder hängen. An dem Grasheim oder so. Lauf. Ich hab kein Geld. Und dann kommen ja immer noch mehr. Das wird richtig schön. Das hat mich immer mit dem Schraub. Deross ist, das ich spart. Derick hatte schon immer einen Sinn fürs große Drama. Er hat ein Riesenspektakel veranstaltet, das aus meinem Knast ausgebrochen ist. Er hat ihn in die Luft gejagt und Jack und mir Rache geschworen. Er meinte wir hätten ihn erst zu lang Dieten gemacht, weil wir seinen Köter umgebracht haben. Zwischen uns beiden sollte die Sache viel einfacher ablaufen. Entweder ich sterbe oder du stirbst. Melde dich, wenn du bereit bist für den nächsten Job. Idiot! Wow. Alter. Gut. Wiedersehen.